Hallo, hier ist Lee. Woran ist mein Bruder gestorben? Also das ist Lee Chandler. Das verstehe ich nicht. Was davon verstehen Sie denn nicht? Ich kann nicht sein Vormund sein. Joe hat für Patricks Unterhalt vorgesorgt. Ich denke, seine Vorstellung war, dass Sie umziehen. Ich soll umziehen? Wohin? Naja, wie Sie hier lesen können, ich hatte den Eindruck, dass Sie in den letzten Jahren öfter hier gewesen sind. Ja, das war er. Er hat schließlich mal in Manchester by the Sea gelebt. Doch er hat der kleinen Stadt als gebrochener Mann den Rücken gekehrt. Und als solchen lernen wir dann Lee auch wieder kennen. Als einen, der sich einsam betrinkt, um sich dann anschließend verprügeln zu lassen. Was passiert er ist, wissen wir vorerst nicht. Wir erfahren nur, dass sein Bruder gestorben ist und dass Lee die Vormundschaft für seinen Neffen Patrick übernehmen muss. Also kehrt er an seine Heimatstadt zurück und muss sich dort nun nicht nur mit der neuen Rolle als Ziehvater zurechtfinden. Er muss sich auch seiner sehr dunklen Vergangenheit stellen. Wo fahren wir hin ins Waisenhaus? Halt die Klappe. Setz dich ins Auto. Ich kann den Befehl nicht ausführen, die Tür ist zu. Weißt du, er kann jederzeit bei uns wohnen, wenn er am Wochenende herkommen will. Willst du sein Vormund werden? Naja, wir... Ihr will nicht mein Vormund sein. Spinnst du? Wir wollen uns ehrlich gesagt, dass die ersten Kinder bei das Haus verlassen. Das Gleiche kann man auch als Zuschauer über Lee und den Film selbst sagen. Der Manchester by the Sea ist ein Drama, das sich ganz behutsam, fast schon minimalistisch entfaltet. Aber dabei auch etwas sperrig ist. Hier mal einen Satz, dort mal einen Blick rückblenden, die nahtlos in die Realität übergehen. Das alles kann schon leicht irritierend wirken oder sehr viel Geduld erfordern. Aber glaubt mir, es lohnt sich in diesem Fall. Die Story. Lee's verbrannte Seele, die Trauer, der Umgang damit, das Annähern zwischen Onkel und Neffe. Nichts davon wird jemals überdramatisiert oder mit typischen Hollywood-Heilungsmethoden gelöst. Regisseur Ken Lonergan nimmt seine Figuren ernst und gibt ihnen Raum und die Zeit, um wie echte Menschen in diesem Fall zu wirken. Die, die nachvollziehbar schweigen oder Dinge, die in ihnen die Seele zerreißt, nur gequält ansprechen. Hast du das Hext mit diesem Mädchen? Wir müssen uns im Moment leider noch etwas einschränken. Was soll das heißen? Ich arbeite noch dran. Ich komme damit klar, wenn du nicht mein Vormund sein willst. Das ist es nicht, ich muss das nur organisieren. Alle meine Freunde sind hier. Ich habe zwei Freundinnen und spiele in einer Band. Du bist Hausmeister in Quincy. Was zum Teufel spielt das für eine Rolle, wo du lebst? Das Highlight bei Manchester by the Sea ist aber dabei definitiv Casey Affleck. Man will ihn erst gar nicht völlig mögen, weil er einfach so dornig ist. Trotzdem will man aber natürlich wissen, was diesen Mann so unfassbar aus der Bahn geworfen hat. Und am Ende möchte man nur eins. Und zwar ihn in den Arm nehmen und ganz, ganz fest drücken. Dafür sorgen alleine drei Momente in diesem Film. Unter anderem zum Beispiel auf einer Polizeiwache oder ein Gespräch mit Michelle Williams, mit denen er uns ein Leid spüren lässt, das man selbst so nie, niemals erleben möchte. Der Golden Globe dafür war für Casey Affleck mehr als verdient. Und veredelt einen schönen, wie auch sehr starken Film über Trauer und das Leben, das einfach weitergehen muss. Ohne Kitsch oder einfache Lösung. Dafür voller Hoffnung und mit einer echt gut dosierten Menge an trockenem Witz. Eine Schuldstudie, die sich echt traurig und wirklich schmerzhaft anfühlt. Aber nie deprimierend. Und das ist definitiv jetzt schon für mich einer der besten Filme des Jahres. Meine Ranks-Tags. Casey Affleck, Schild und Sühne Charakterdrama, Vormundschaft, echt und überwältigend. Wer nach dir suchen? Du musst dich verstecken. Ihr habt keine Ahnung, wozu dieses Film standig. Hört auf! Elliot, lauf! Du bist sehr mutig. Weißt du das? Ich würde sogar sagen, du bist der mutigste Junge, den ich kenne. Elliot der Drache ist eine Neuverfilmung des 70er-Jahre-Disney-Hype-Klassikers, kann man so sagen. Elliot das Schmunzelmonster. Wie so oft bei Disney geht es auch hier um den Wert der Familie und vor allen Dingen auch, welche Opfer man dafür bringen muss.